So, 3, 2, 1, willkommen zurück zur Lego DC Super-Villains und wir wollen weiterspielen. Jawohl. Ich glaube in der letzten Folge sind wir mit Joker, Harley Quinn, Scarecrow, den Riddler. Hey, Louis, es funktioniert! Schön, Jenny, einen kleinen Moment noch. Und... ...international ausgezeichnete Reporterin, Louis, Leidenheit auf der Spur einer... ...im Polizeidepartement von Gossom City eingetroffen. So, ich glaube jetzt geht's weiter. Au, nein. Jetzt landen wir erstmal. Wir tun alles, was wir können, um... ...der Gefangener aus dem Transport? Dazu gebe ich keinen Kommentar. Ja, sie sind noch auf der Flucht. Nicht hier, HW, direkt mit dem Tresor. Oh, ganz schön viel Geld dabei. Ich komme zu spät zum Essen mit meiner Tochter. Reporter. Da ist doch unsere Truppe. Das Spielzeug aus dem Tresor. Ich bin und ich warten hinten, wenn ihr fertig seid. Husch, husch. Husch, husch. Okay, Riddler. Das hatten wir in der letzten Folge, äh, dummerweise schon mal gespielt gehabt. Die Stellen davon. Aber... Ich hab ein Rätsel für dich. Wir machen trotzdem noch mal. So. Ich werde mal alles... ...zerkrammeln hier. So, Riddler, du hast... So. Das war dein Stockfliegen. So. Hier ist noch mehr. Alles zerstören. Was ist das für... ...eine große Statur hier hinten? Irgendein... ...herrenvoller Polizist wohl. So. Haben wir hier erstmal alles zerstört. So. Basteln wir mal das Ding zusammen. Warum hat Riddler so wenig Leben? Oh, Kleeface. Da ist Sumatran. Ah. So. Komm, komm. Okay. Wir... Damit haben wir uns ...die Treppe freigemacht, oder? Okay. Was ist denn das? Von Beschissen. Er hat ja ein Schild dabei. So. Wow. Warum sollen wir hier Riddler einsetzen? Ein Rätsel? Was hat das zu bedeuten? Sprengt das? Fotoschießen. Okay. Wozu auch immer? Ja, okay. Wollen wir nicht. Ich hab versehentlich auf L gedrückt. Gordon hier. Brauchen Verstärkung. Wiederhole. Brauchen Verstärkung. Von wegen. Hier gibt es keine Verstärkung. Wenn wir an ihm vorbei sind. Hey, was glaubt er, wo er hingeht? Hm. Er hat die Türen abgeschlossen, um uns aufzuhalten. Wir müssen da drinnen. Ja, Moment. Erstmal alles. So störend. Wie viele Polizisten laufen denn hier rum? Sprenggel. Oder? Jawohl. Da wurde wohl mal jemand für längere Zeit eingebuchtet. Und Stühle mit Polizisten drinnen. Ja. Die brauchen wir nicht. Hopp, hopp, hopp. Schön Pünktchen sammeln. Hier gibt es sowas zu bauen. Ah. Okay. Damit kommen wir nachher. Wohl durch die Tür. Wow, wow, wow. Was machen wir da? Was, was ist das? Was fand ich denn das für eine komische Aktion grad? Äh, Scarecrow? Ist das deine Zauberrei? So. Ah, komm. Okay, die Polizisten kriege ich irgendwie nicht umgehauen. So, Riddler. Das sieht hier aus wie ein kleiner Horrorladen hier. So. Ähm. Oh, ich kann das nicht umgehen. So. Ich kann nicht umgehen. Blöck, hierher zurückkehren. Wo verbogene Ex-Tons sind wir zu finden. Okay. Was für verbogene Ex-Tons? Hm, gut. Nix hier. Ah, du blöde Klingel. Ich glaube, dann müssen wir hier... Warum soll ich hier lang gehen? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein... ...merkwürdiger Weg? Hm. Okay, das war ein Rätsel. Äh, okay. Alle Dinger hier rein, bitte. Ach so. Scarecrow, mach du mal. Bitte das Fass füttern. Irgendwas fehlt noch. Da. Da. Eine fette Spinne hier. So. Das sollte aber jetzt reichen. Spinne noch ein. Wow, jawoll. Jetzt haben sie alle Angst. Lauft weg. Haha. Und du? Au. Geh halten. So. Wer bekommt jetzt Panik? Ach, wir leiten das Gas dort rein. Okay. Jetzt beginnt der echte Horror. Sieh mal an. Dieses Angsttoxin ist wirklich nützlich. Ja. Ich bin fast beeindruckt. Du solltest auch beeindruckt sein, bitte. Los, gehen wir. So, erstmal hier nochmal drücken. Was passiert jetzt? Tor geht auf. Sehr schön. So. Und dann hier weiter. Shit. Ich seh nichts. Okay. Wir müssen nur an der Sicherheitsstation vorbei. Dann ist es nicht mehr weit bis zum Tresor. Nicht so vorschnell, Clayface. Uns scheint noch ein bedrohlicher Geschützter, um den Weg zu stehen. Ich hab ein Rätsel für euch. Welche Polizeistation ist mit einem so aufwändigen Sicherheitssystem ausgestattet? Eine, die in Gotham City steht? Stimmt auch wieder. Hm. So. Nächste Klingel erstmal weg hier. Befreien wir mal ein paar Gefangenen. Ach. Wir können so ran. Die Türen dann zu klopfen. Betten zu schlagen. So. Und das war glaube ich die Toilette. So. Nächsten. Wer seid ihr? Lasst mich mal rein hier. Schauen was es bei euch gibt. So. So. Nächsten. Die Zelle. Was sprüht er da schon wieder? Ah. Ah. Gefolgsleute für uns. Wo sind die anderen zwei hin? Ja. Und du kommst auch mit. So. Alle bitte hier hin. Ich möchte da hoch. Ach bitte. Sind die Leute es nicht leid es mir zu leicht zu machen? Okay. Wow wow wow. Das Ding krieg ich. Ist doch nicht kaputt. Gott. Dann. Riddler. Dann. Mal ein bisschen klettern. Was ist das? Snackautomaten? Rackulator. So. Bauen wir mal was. Was wird das? Ähm. Noch mehr? Jetzt bin ich überfragt. Drücken. Das ist keine Herausforderung für den König der Rätsel. Ähm. Wow. Eine fliegende Drohne. Krass. Ähm. Ha. Verarscht. So. Können wir hier raus? Jawoll. Kaputt. Klee fehlt. Klee fehlt. Könnt ihr hier wieder ran? Klee fehlt. Klee fehlt. Klee fehlt. Ja. Wird wieder. Auf den charmanten Riddler. So. Hoch. Runter. Hoch. So. Entdeckung Oh hier ist noch jemand eingesteckt äh eingesperrt Lefis du bist wieder dran Was, was hast du jetzt Irgendwann muss ich noch nicht wegzuhalten Ah Wachsen Zieh Großer Nächste Klingel weg Aber wie kriegen wir sie raus? Er muss noch irgendwo Weg lang gehen Gut Bin ich grad zu dumm Hoch mit uns Gedankenkontrolle So So Oh Nächste Etage Krasser Fahrstuhl Was ist das? Was ist das? Kryptonit Oh So Achso Klee fehlt So Ah 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 Drücken Vorspruch Ah 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 Okay Ähm No Ah 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 Oh Ah Ah So, na gut. Ich beende dich erstmal an die Folge hier. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.